hallo wie geht es meine schüler und schülerinnen und willkommen in der master sprachschule wir sprechen heute über verb mögen das verb mögen bedeutet like in englisch das verb mögen kommt mit sachen konjugiert das verb ich mag du magst er es sie mag wir sie mögen ihr mögt beispiele was magst du ich mag fußball der hamster mag salat mein bruder mag fisch meine freunde mögen matte das verb möchten ich möchte du möchtest er es sie möchte wir sie sie möchten ihr möchtet mit möchten kommt das verb am ende der satz im infinitiv und das verb ist mit er es sie wie ich beispiele ich möchte cola trinken meine mutter möchte pizza essen mein vater und ich möchten fußball spielen mein bruder möchte reiten wähle aus meine mutter die haustiere magst oder mögt oder mag meine mutter mag die haustiere nummer zwei meine geschwister fisch meine geschwister mögt oder mögen oder mag fisch meine geschwister mögen fisch was ihr wie morgen pizza was mögen oder mag oder mögt ihr was mögt ihr schreibt die sätze mit möchten ich trinke milch mit möchten ich möchte milch trinken nummer zwei mein freund lerne deutsch mit möchten mein freund möchte deutsch lernen nummer drei wir gehen ins kino wir gehen ins kino mit möchten wir möchten ins kino gehen dankeschön tschüss tschüss